Will.i.am von den Black Eyed Peas sorgte in den vergangenen Tagen für Aufsehen, als er eine neue Kamerahülle für das iPhone ankündigte. Unter dem Label IM Plus werden zwei Varianten auf den Markt kommen. Variante 1 wird rund 250 Euro kosten und drei Linsenaufsätze bieten, welche für bessere Fotos beim iPhone 4 und dem iPhone 4s sorgen sollen. So wird es eine Standardlinse, eine Makrolinse und eine Fischei Linse geben, die man einfach auf die Kamerahülle schrauben kann. Variante 2 wird rund 370 Euro kosten und zusätzlich noch ein ausfahrbares Keyboard besitzen. Beide Varianten lassen sich um den Hals umhängen und neben technikbegeisterten Menschen vor allem die ansprechen, die auf abgefahrene Accessoires stehen. Die Hüllen sollen ab dem 6. Dezember verfügbar sein. Interessanter noch als die erwähnten Kamerahüllen für das iPhone 4 und das iPhone 4s dürfte die Hülle für das iPhone 5 werden, welche im ersten Quartal 2013 in den Handel kommen wird. Die iPhone 5 Hülle von Will IM wird nämlich zusätzlich noch mit einem eigenen Bildsensor ausgeliefert, der Bilder mit einer Auflösung von 14 Megapixeln schießen wird. Ein Preis für die iPhone 5 Hülle steht noch nicht fest. Billiger als die teurere iPhone 4s Hülle dürfte es aber kaum werden. Die Hüllen werden unter dem Namen Photososho C.4, Photososho V.4 und Photososho V.5 auf den Markt kommen. Die offizielle Seite zu den edlen Kamerahüllen lautet www.i.m. Und liebe Zuschauer, was haltet ihr von den Kamerahüllen?